hallo freunde und herzlich willkommen zu einem neuen let's play world of warships mit hirschio viel spaß beim zuschauen dann wollen wir mal nehmen wir jetzt mal ein zerstörer richtig fett jetzt war jetzt werde ich auch mal ein paar torpedo schleudern gehen jetzt bin ich ja mal schwer gespannt was sich hier noch so tut ich hätte vielleicht den text dazu mal lesen sollen dann hätte gesellschaft nette nette gesellschaft für die tasse eine minute und wie gesagt ich spiele jetzt einen kleinen zerstörer er hätte natürlich so gut wie gar nicht aus aber muss auch vielleicht treffe ich ja mit torpedos besser die dinge haben eine gute durchschlagskraft ja dann wollen wir mal gucken so drückt mir kräftig die daumen dass ich jetzt innerhalb der woche unter der woche einigermaßen anständig eine einigermaßen anständige internet leitung habe während ich unterwegs bin dann gibt es auch den ein oder anderen kleinen streamer wenn das funktioniert und drei minuten und immer nach jetzt hatte schon keine schiffe da eine spieler noch am schlafen so wie ich das sehe gibt es hier kein einzigen kein einzigen schlachtschirm alles nur alles nur kreuzer zwei zerstörer so mal gucken wie viele bots dabei sind wer oder was ihr antwortet mal direkt mal reinschauen das hier das ist eigentlich total total geiles inselsetup für den zerstörer das richtig geil wieso schieße ich den ap ich muss umschalten auf 1 möchte ich habe nebelbank gelegt na super das wollte ich eigentlich nicht was flicks habe ich einmal nebel verschwendet würde eigentlich doch nur mein geschützt typ umschalten sondern wollen wir mal da so ein bisschen nach hinschießen nochmal der hoffnung nahe das leser dieses schiff noch ein bisschen weiter in die richtung fährt und vielleicht den kurs wechseln oder auch der war hat mich aber noch nicht entdeckt so wir haben nachgeladen sehr schön sehr fein sehr geil dann wollen wir jetzt mal die richtung was absetzen 7 7 7 1 5 8 werde ich sichtbar das heißt kann noch einmal in die richtung eine runde rum und raus jetzt bin ich entdeckt jetzt muss ich zusehen sicher jetzt bin ich wieder unsichtbar so viel spaß mit meinem torpedus zacken das war ein treffer so ist noch einer von unserem kreuzern weg das ist aber nicht so gar nicht mal so die richtung in die richtung hoffen dass unser kreuz weiter fährt eigene basis wird erobert von wem so da hinten ist der zerstörer kümmern wir uns mal da drum wollen wir mal den zerstörer ein bisschen zerstören so da hinten fährt irgendwas mit wassereinbruch durch die gegend ist der weg vom fenster das ist schon mal gut der scheint gerade nicht reparieren zu können der scheint gerade nicht reparieren zu können ja den habe ich glaube ich könnte mein treffer gewesen sein weiß ich noch nicht so da wollen wir mal ein bisschen was hinschicken so verdammt 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 nebel 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 verdammt jetzt geht es aber ab wir wissen dass ich hier festhänge auch wenn ich jetzt genebelt habe einmal entdeckt bisschen mit dem ding hast du sofort hast du sofort alle am hals wieder entdeckt von wem denn 1888 ach da verdammt die erscheinen da spaß daran haben sich festzufahren gar nicht zuerst da Gehe ich schon mal weg vom Fenster. Ich habe schon zwei weggeputzt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann haben wir ja doch mehr Torpedos getroffen, wie ich dachte. Komme ich da rum? Na, 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 na. Aber wenn ich mich jetzt hier festfahre, ist es nicht weiter schlimm. Hier ist ja kein Gegner an der Nähe, ne? So, ab zum Angriff. Hagi. Komma. Öl. Wenn ich hier gleich alleine unterwegs bin, muss der meinen. Da hinten, der Dünn dümpelt noch einer rum. Okay. Gut. Dann brauchen wir jetzt die entsprechende Taktik. Einmal die Richtung schießen. Er scheint nämlich dazwischen durchzukommen. Ich bin entdeckt. Beschuss. Okay. Gut. Nicht mit Leben. Moment zumindest noch. Erstmal den da wegputzen, hoffe ich. Wenn ich so schön entdeckt bin, kann ich auch gehen schießen. Wir haben einen gegnerischen Kreuz versenkt. Okay. Er ist in Range, das heißt... Kann ich auch noch ein bisschen drauf schießen. Können wir mal kreuzern, ne? Ich kriege aber auch ordentlich Futter, hier, ne? Ich gebe mal richtig Gas hier und sehe zu, dass ich... wegkomme, wollte ich sagen. Verdammt! Ich habe mich erwischt. Ich habe mich erwischt. Er hat mich glatt gemacht. So. Das war's. Ich würde sagen, verloren. Richtig. Niederlage. Jawohl. Aber... noch ordentlich EP gegeben. Das ist eins, meine Güte. Ich dachte noch, ihr Lieben darf hier. Ja, gar nicht mal schlecht mit dem Plan. Wir haben noch die Runde verloren. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Team gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da. Und Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Und Bye, Bye.